Hallo, willkommen zu einem weiteren Rauchfackel-Video. Heute habe ich hier die Rauchfackel von Tropic, die in der Hand zu halten ist. Ja, das steht hier drauf und hier soll man halten. Hier drunter ist die Zündschnur. So, kann losgehen. Viel Spaß. So, mal sehen wie ich das jetzt hier bei diesen Windbedingungen mache. Erstmal Zündung. So, kommt ganz geschmeidig raus. Sehr, sehr blau. Jetzt habe ich leider keine Selfie-Ansicht, aber man sieht, dass das gut funktioniert als Sandfackel. Man muss die Windrichtung nur beachten. So. 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 So.